Wenigstens habe ich jetzt meinen Pfannenwender wieder. Jetzt kann ich endlich Frühstück machen. Nee! Hallo! Mein Joghurt! Tommy! Tommy! Was ist das? Wie ist es mit dir? Es ist meiner! Moin, Hannah! Servus, Jungs! Grüß Sie! Hi, Tom... Hi, Hannah! Tommy! Oh, Tommy! Komm her! Sehr geehrte Damen und Herren, zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass Yannick ein Pimmel ist. Was ist echt geschrieben? An meine Mutter! Wenn ich zum Beispiel ein Haar von euch auf meinem Pullover finde, dann nehme ich den weg, falte das zusammen, den Haar. Ja, hab ich auch gar nicht. Ein Haarer! Bis dahin erhöht sich die Strafe minütlich auf einen Monat! Was hast du da? Aber dann mach mal ab dem Suchen. Von vorne meinst du? Ganz von vorne. Ja, komm. Mann! Aua! Warte mal! Ist gar nicht an! Ah! Ja, stimmt! Lisi hat schon mindestens dreimal, dreimal gemördert. So kurz ist Yannick's Dings. Ähm, Zündschnur nämlich gerade zur aktuellen Zeit. Also besser als meine, ja? Das hab ich gar nicht gesagt. Aber meine Spucke ist halt meine Spucke. Filmst du das? Nein! Wieso? Hier ist kein Sauerstoff! Das... Das... Hier ist nix! Hier ist nix! Es ist noch nicht mal 10! Ah! Was ist Donnerstag? Es ist noch nicht mal 10! Tommy darf nicht mitkriegen, dass du hier bist, okay? Also... Pssst! Okay? Entschuldige, hab ich so angst. Such mein... Tommy? Der ist hier? Nee, mein... Pfannkuchen! Hä? Sehr glas! Sehr glas! Danke! Fäng auch mit elf an! Ach du... Bist du dir sicher? Das ist ja furchtbar! Habt ihr euch das gut überlegt? Ich sag das nochmal! Sag sie... Pappalapapp! Sollen sie mich halt verklagen! Was ist mit dir der gezaubert? Team auf vier! Eins, zwei, drei! Team! Gut, gerne mit Schmackes, du kannst doch richtig werfen! Kannst doch richtig werfen! Entschuldige! Können wir nochmal? Es ist alles wahr! Du hattest recht! Es ist alles wahr! Was ist das super für das Spiel? Es ist alles wahr! Du hattest recht! Recht! Wie man in Deutschland so schön sagt, wenn man geht... Wie sagt man das denn in Deutschland? Wie geht ihr in drei, vier, 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 drei, fünf... Oh, Lissi! Du könntest ja auch mal wieder wischen! Ja, warum immer ich? Janik hat seit Monaten nicht mehr gewischt! Janik wurde... Warum... Warum? Warum? Warum immer ich? Janik hat seit Monaten nicht mehr gewischt! Janik wurde von mir aber auch nicht bei Marbles abgezogen! Warum immer ich? Janik hat seit Monaten nicht mehr gewischt! Janik wurde von mir aber auch nicht bei Marbles abgezogen! Puh! Schön, guck! Der Blick und die Haare! Brauchst du deine Mund-zu-Mund-Beatmen? Ja! Ja! Zu spät! Hey! Ist den nicht! Was ist, wenn da dieses Nitri-Glitzer-Dings drin ist? Verdammt! Oh nein! Jetzt sind alle Beweise weg und Lissi auch! Könnt ihr alle aufhören zu lachen? Das ist... Puh! Hier kommt das Flugzeug! Puh! Puh! Das war jetzt... Anknabbern? Bei den 10 hast du Glück, wenn du am Ende noch beide Arme hast! Puh! Janik! Puh! 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 Wusstest du, dass man Rotweinteppich... Puh! Puh! Das ist 3, 4, 5, die dritte. Ne, die vierte. Klatsch, klatsch. Natürlich sind wir Freunde, Toni. Du stehst doch sogar auf der ersten Seite von meinem Freundebuch. Das ist noch nicht die erste Seite? Ne, das ist deine, da steck ich. Krass. Wie wär's mit Freundschaftstattoos? Guck mal hier, nur heute, 2 zum Preis von einem für allerbeste Freunde. Voll die gute Idee, Tommi, ich ruf sofort Ron hier an. Roni, ich hab vor eine geile Idee, Alter. Ich sag hier nur, also, ich frag hier nur, weil, Tommi, du hast doch selber gesehen, wie gut ich das als Schietzi gemacht hab. Hier, Schietzi. Der Schietzi. Schiri, ne? Sag, den sagst du einmal kurz mit dem Schiri. Der gute, süße Schietzi. Du hast so große Hände. Deine sind so schwitzig. Wie romantisch. Wie romantisch. Ja, das Teil war einfach weg und seitdem merk ich richtig diese Anspannung in mir und hab das Gefühl, dass ich ständig... Aua! Sag mal, willst du mir das Genick blechen? Du... Blechen. Doch genug von mir. Wer ist dieser grimmig dreienblickende Mann neben dir? Entschuldigung. Ich hab original dir ins Gesicht geguckt. Die Tastruik. Das ist Quatsch. Uuund… Bitt! Entschuldigung. Oh mein Gott, Tobi! Tobi, ist das Tobi? Tobi's Gesicht? Oh mein Gott, was ist das? Wir sind doch noch hier und daran wird sich auch nichts verändern. Ja und... Eine Staffel Renate, drehende Herzen der Unschuld und so viel Trüffel-Kardemann-Popcorn, wie wir trinken können. Die pürieren wir vorher. Wer hat dich getötet? Halt mal dein Maul, ich sag jetzt was. Was sagst du denn? Ich sag, wir Gespenster, wir gespenst, wir rufen dich. WG, 3-5-0, Schiedsrichter, 1-1-1. Zweite Gelb. Geh mal, Alter! Dritte Gelb. Okay Leute, wisst ihr noch, wie ihr euch manchmal gefragt habt, wie ich in die Wohnung komme? Ja. 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 Schon. Ja, ja. Ich muss mal nötig anbrechen. Ich hab dich noch gefallen. Na, jetzt wär' ich noch böse. Sch... Ihr entschuldigt mich, ich muss mal ans Gemüsefach. Das war's für heute.